Die hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die Terrassenwohnung befindet sich im Essen. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer sowie ein Badezimmer. Die Terrassenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 40 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Terrassenwohnung beläuft sich auf 350 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.